Ja, das scheint zu funktionieren. Ja, wir kriegen jetzt mal fett die Rakete in die Breitseite geschossen. Ich glaube, ich hätte schon längst losfahren können. Egal, wir speichern mal. Wunderbar, so. Und mal weiter hier, am Pass landen. In dieser wunderbaren Steuerung. So, da sitzen sie ja schon. Den Voralltäten schützen und allesamt. Zack, atomisiert. Peng. Aha. So stelle ich mir das Ziel durch diesen echt schicken Tunnel. Oh, genau, wir können ja den Zoom benutzen. Aha. Mensch. Aus einer verdeckten Stellung heraus haben wir hier... Ohohohoho. Haben wir hier den Geschützturm erledigt. Tja. Pro will ich mal sagen. So, ei, ei, ach du Scheiße ist das groß. Kacke. Ist das Gipfel 15? Lava. Was steht da? Lava. Lava. Oh, da hinten müssen wir noch über langen. Na, dann mal los. Irgendwelche Gäff, irgendwelche Geschütztürme. Also echt top Wetter hier finde ich eigentlich. Von wegen Schneesturm und so. Da sehe ich schon was rotes. Ach da. Peng. So, sind hier noch mehr Geschütztürme, die vielleicht irgendwo im Berghang eingebaut sind? Ne, ich glaube nicht. So, dann... Ach doch, da vorne kommt noch einer. Ich sehe schon den großen roten Punkt auf der Minimap. So, wo ist der denn? Ach, da. Zack. So, wunderbar. Und weiter. Und weiter. Über Stock und Stein. Und alles, allen möglichen Schnee und Eis und Gletscherspalten und an Geschütztürmen und Gäff vorbei. Sie alle werden uns nicht halten. Sie alle werden scheitern. Und wir werden obszenen. So, da sind wir ja schon bei der Anlage. Und hier, ach da. Oben sitzt er. Peng. Da hat es uns doch glatt noch erwischt. So, ich sehe doch schon wieder rote Punkte blinken. Dann werden wir mal hier reingehen. In die Forschungsanstalt. So, was haben wir denn hier? Eieiei, das geht ja gleich schon wunderbar los. Hey. Garna, du spinnst wohl. Rot. Ach, du scheiße. Diese riesigen. Das sieht gar nicht aus. Das ist gar nicht aus. Äh, 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 äh. Da hinten sitzt noch einer. Ein Kroganer. Dazu nehme ich mal das Scharfschützengewehr. Ja, das war schon mal nix. Ach, das war schon eher was. Ah, noch ein Treffer. Nee, der ging daneben. Zack. So, ein Schuss noch. Nein, Treffer. So, und... Zack. Das war's. Ja, mitheben. Ach, nee, da ist noch einer. Peng. Peng. Überhitzt. Ey. Äh, ich sollte mal die Waffe wechseln. Fällt mir grad so auf. Wo ist er denn hin? Er ist gestolpert. Habt ihr's gesehen? Alle Gipfel-15-Einrichtungen haben große Schäden zu verzeichnen. Gefährliches biologisches Material ist in der gesamten Einrichtung präsent. Ei, 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 das... Die Benutzeroberfläche der virtuellen Intelligenz ist offline. Uh. Das hört... Wir müssen die Reaktoren wieder einschalten. Nein. Das hört sich ja nicht sehr gut an. So. Ich glaub, da unten war weiter nix. Ein Upgrade-Kit. Das nehmen wir mal mit. So. Jupp. Mitgenommen. So, wir speichern mal. Und dann gehen wir hier mal weiter. Mal sehen, was uns da so erwartet. Oh, Geschütztürmer. Ah ja. Warum zeigen die Gefechtstürme in die falsche Richtung? Es geht nicht um Verteidigung, sondern darum, ihre Leute in Schach zu halten. Das ist ja echt klasse. So, hier geht's hoch. Oder einen Fahrstuhl zumindest. So, was haben wir denn hier? Ne, ein Upgrade-Kit schon wieder. Nehmen wir auch mit. Nehmen alles mit. So, und hier geht's zum Fahrstuhl. Und ich würde sagen, den nehmen wir bei der nächsten Aufnahme. Richtig. Ich mach jetzt noch eine Aufnahmpause. Und dann... Äh... Speichere ich nochmal. Achso, wir können ja hier nochmal... Achso, wir können ja hier nochmal... Achso, wir sind ja eine Stufe aufgeregt. Okay, dann machen wir das noch schnell. Nehmen, Laden-Discount. Ach, guck mal, dann kriegen wir 5% in Läden. Rabatt. Ne, wir machen mal Spectra-Training mal wieder. Ja. So, was ist hier noch? So, was ist hier noch? Die Niara und die Ashley. Ja, wunderbar. Ausrüstung, was haben wir da noch? Alle möglichen Upgrades. Die lassen wir jetzt erstmal Upgrade sein. So. Und, äh, wie gesagt. Speichern. Und dann bis zur nächsten Aufnahme, würde ich sagen. So, hier nochmal gespeichert. So, okay. Dann, wie gesagt. Bis zur nächsten Aufnahme. Also, tschüss. Tschüss. Hallihallo. Und da sind wir auch schon wieder. Beim Mass Effect. Ihr wisst es ja. Und wir sind hier gerade, soweit ich mich erinnere, in Gipfel 15 in dieser Forschungsanstalt. Und versuchen, die Benesia zu finden. Und versuchen wir rauszukriegen, was denn hier so los ist. Und, ja, dann werden wir doch mal schauen. Direkt mit dem Fahrstuhl hochgefahren. Und, mal sehen, was es hier gibt. Oh, Eis. Hier müsste man aber wirklich streuen. Sonst lege ich mich hier hin. Ähm. Oh. Und da sind doch schon die ersten Gegner. Mann, das geht ja hier gleich wieder richtig zusammen. So, komme ich hier durch, um da zu schießen? Anscheinend schon. Wunderbar. Ach, nein. Da ist ja noch einer auf der Minimap. Den werden wir natürlich trotzdem erledigen. Wo steckt der denn? Ach, da hinten. Oh. Wo ist denn jetzt? Was ist das? Was ist das? Und, dieser Ort ist übel mitgelommen. Aha. Wen haben wir denn da? Äh, hoffentlich mal ist die ganze Karte voller roter Tügel. Ah, was ist das? Ach du Scheiße. Uh. Und wer kommt da oben? Rachen soll da sein. Stufenaufstieg. Juhu. Sieht aus wie so eine Mischung aus Hummer. Oktopus und Ameise oder so. Ich mag diesen Ort nicht. Hier gibt es zu viele dunkle Geheimnisse. Oh, ja, du sagst es, Niara. Ein Ort der Finsternis. So. Der Schnee sieht aber extrem cool aus, finde ich. Ach, da freue ich mich schon. Da hoffe ich mal, dass es weiße Weihnachten gibt. Jetzt in der Adventszeit ist es ja noch. uns vergönnt gewesen, soweit ich weiß. Oh. Oh, das war ja verdammt knapp. Das war ja verdammt knapp, war das. Oh, 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 oh. So, Terminal kann ich eh nicht benutzen. So, heile ich mich jetzt langsam mal hier. Ja. Gut. Und ich kommt jetzt nicht noch einer von diesen netten Gesellen. So, was ist Gravitations-Waffen-Forschung? Uhuhu. Was ist du? Ein Spinn. Krieg ich nicht auf. Okay. Hm. Hier geht's nochmal auf. Ne? Kommt hier noch was? Ne. Medizinkit. Wunderbar. Hier. Ja. Heil dich mal. So. Die ist schon besser. Na, ach. Doch. Das war mir doch nicht geheuer hier. Da musste doch noch einer rauskommen. So, jetzt aber. Weiter. Und auch jetzt. Ich muss dazu sagen, ich hab jetzt einfach mal ne Aufnahme angefangen. Es ist irgendwie mitten in der Nacht. Und eigentlich sollte man um die Suhrzeit wirklich schon schlafen. Aber ich hab mir gedacht. Weil ich war irgendwie nicht müde. Und deswegen hab ich jetzt einfach nochmal ne Aufnahme gestartet. Wird wahrscheinlich eh nicht so lang werden. Aber ja, mal schauen. Oh. Was ist das? Ich verstehe euch gar nicht. Es ist so laut. Hier kommen die doch bestimmt gleich wieder raus. Ich seh das doch schon. Schwerer Fehler beim Hochfahren. Die Benutzeroberfläche der virtuellen Intelligenz ist offline. Manueller Neustart erforderlich. Hm, hm. Das ist doch eigentlich alles. Hier funktionieren die scheiß Rechner. So, was ist hier los? Elektronische Schlösser offline. Bitte kontaktieren Sie die virtuellen Intelligenz der Station. Ah. Hier wahrscheinlich. Mira. Kern betreten. Uh. Ja. Ich bin allein. Leute. Äh. Hallo. Hallo. Kern verlassen. Das ist jetzt so ein bisschen hier so Portal 2, Kledos, so mäßig, so ein bisschen. Aber naja. Wollen wir mal schauen. Der VE-Kern scheint nicht funktionstüchtig zu sein. Sie können versucht, die Datenbank manuell zu rekonfigurieren oder universal einsetzen, um die beschädigten Systeme zu reparieren, da wir versuchen das mal. Na, 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 na.